Battlefield ist das geilste Spiel, weil man die komplette Map auseinandernehmen kann. Man kann sich nicht wirklich verstecken und es ist ein geiles Multiplayer, eine geile Multiplayer-Schlacht, sagen wir es mal so. Ich bin wahnsinnig, wahnsinnig gespannt auf Command & Conquer. Ich habe gerade Need for Speed gespielt und ich fand es super, obwohl ich es eigentlich vorher noch nie gespielt habe, aber einfach mal so zum Spaß verfahren. Ich finde Battlefield cool, zumindest für den PC, weil es eine bombastische Grafik hat, riesen Explosionen und vom Singleplayer von der Story her sehr gut. Und beim Multiplayer einfach diese riesigen Schlachten. Need for Speed ist einfach geil und das neue Rivals ist super, gefällt mir. Sims fand ich schon immer super, weil das Spiel Spaß macht. Man kann immer wieder neue Möglichkeiten entdecken, seinen Sim weiter zu gestalten oder ein richtiges Leben zu führen, was man im echten Leben nicht tun könnte. Gerade bei Battlefield genieß ich besonders, mich mit meinen Kollegen abzusprechen, langsam vorzurücken oder einfach gemeinsam zu agieren. Command & Conquer ist einfach so dermaßen geil. Ich freue mich so dermaßen drauf. Ich will einfach nur dieses verdammte Spiel spielen. Ich habe schon FIFA 13 gespielt, aber FIFA 14 ist auf jeden Fall besser. Ich denke, FIFA wird super nächstes Jahr oder dieses Jahr, weil einfach das letzte Spiel schon super war und die den nächsten Schritt machen. Ja, ich finde, dass Battlefield das beste Spiel der Welt ist, was mich einfach am längsten motiviert zu spielen. Ich freue mich auf Need for Speed, weil ich total gerne schon immer Need for Speed gespielt habe, es ganz lange nicht mehr gespielt habe und jetzt gerne wieder das Neue sehen möchte. Ich spiele zu Hause immer Sims, jetzt schon seit Anfang vom dritten Teil mit allen Endons und sowas und ich freue mich jetzt auf den Teil 4. Deswegen stehe ich hier und hoffe, dass ich gleich mal ein bisschen ausprobieren kann. Ich finde, FIFA ist das beste Spiel der Welt, weil es ist einfach super geil. FIFA 14 ist das beste Spiel und ich freue mich wahnsinnig drauf, weil es ist immer anders und man kann es immer mit Freunden spielen und Spaß haben. Ja, ich freue mich auf Titanfall wahnsinnig, weil es echt gut aussieht, es sieht ziemlich schnell aus, die Titans sehen auch echt groß aus. Ja, Battlefield ist einfach das geilste Spiel, was ich in den letzten Jahren gespielt habe. Es ist ein fulminanter Multiplayer. Need for Speed war eigentlich die erste richtige Spielserie, mit der ich angefangen habe und ehrlich gesagt freut es mich, dass EA die weiterführt. Sie haben die beiden Einfluss igen. Wir kommen das zwei mal in den letzten Monaten. Ich freue mich auf die beiden Dachseinen, mit der ich dieses Spiels Vielen Dank. Vielen Dank.